Herzlich Willkommen, mein Name ist Pat Hock und der Patient des heutigen Tages ist der Blattnock Alinta. Zuletzt dürftet ihr entscheiden, welchen Whisky ich hier im Video verkosten soll und eure Wahl fiel auf diesen Blattnock Alinta. Deswegen werde ich ihn heute mal im Video verkosten und ich finde es kurios. Also ich habe ja jeden Monat drei Whiskys, die ich zur Auswahl stelle. Ich habe da auch persönlich immer so ein bisschen einen Favoriten und auch eine Abfüllung, wo ich denke, die wird gewählt. Bei dem hätte ich es tatsächlich nicht gedacht, denn die anderen beiden hatten solide Altersangaben. Ihr habt euch für das No-Age-Statement entschieden und der war von den dreien auch preislich der teuerste. Aber nichtsdestotrotz ist in Ordnung, ich verkoste den hier sehr gerne im Video, denn ihr wollt den im Video sehen. Von daher steht er heute da. Ja, wir sind in den schottischen Lowlands unterwegs und ich mache jetzt schon ein paar Tage Videos hier. Seit mittlerweile acht Jahren. 2014 habe ich hier angefangen und viele haben mich auch schon im Jahr 2014 gefragt, Tu Pet, ich will mal ein Single Malt Whisky aus den schottischen Lowlands probieren. Was kannst du denn da empfehlen? Und damals war das überhaupt nicht einfach, beziehungsweise eigentlich war es einfach, weil es gab nur zwei Brennereien, die im Bereich von Originalabfüllung dauerverfügbare Whiskys am Start hatten. Also es war Glen Kinschi und es war Ocken Toschen. Und wenn man mal das Sortiment von Glen Kinschi durchforstet, das ist heute nicht anders wie vor acht Jahren. Hast du einen Zwölfjährigen, hast du die Distillers Edition, that's it. Und deutlich umfangreicher aufgestellt ist der Ocken Toschen. Und wenn im Jahr 2014 halt so eine Empfehlung kam für den Lowlands Single Malt Whisky, naja, da hast du halt einen Ocken Toschen empfohlen, der dir gut geschmeckt hat. So war es damals. Hat sich die letzten Jahre extrem viel getan in Schottland. Viele neue Whiskybrennereien. Die meisten davon sind in den schottischen Lowlands aus dem Boden gepoppt, was ich gut finde. Also diese Region wird endlich mal wiederbelebt. Und heutzutage gibt es da einige Whiskybrennereien, die man auf dem Schirm haben sollte. Also wenn ich jetzt mal Revue passieren lasse, was ich die letzten acht Jahre im Glas hatte aus den Lowlands, privat wie im Video, sollte man auf jeden Fall Annandale erwähnen. Da habe ich hier im Video die Newmax probiert, pietet und unpietet. Mittlerweile haben sie auch Single Malt Whiskys am Start in wunderschönen Flaschen. Sind mir aber für das verhältnismäßig niedrige Alter zu teuer, muss ich ganz ehrlich sagen. Was kann man noch erwähnen? Kingsbarns, zurückzuführen auf den unabhängigen Abfüll der Weems. Habe ich hier im Video schon den A Dream to a Dram, A Dram to a Dream. Den Standard auf jeden Fall probiert. Sie haben ja mittlerweile mehrere Abfüllungen im Sortiment. Was kann man noch empfehlen oder beziehungsweise erwähnen? Gleitzeit, die haben jetzt mittlerweile auch ihren Stope Cross im Sortiment. Habe ich noch nicht probiert, kann ich nichts dazu sagen. Lindor's Abbey, sollte man erwähnen, habe ich den Standard hier im Video schon probiert, den 1494 Daft Mill. Die haben tatsächlich zwölf Jahre lang gewartet, bis sie ihren ersten Whisky auf den Markt gebracht haben. Privat schon probiert, ja, im Video noch nicht. Aiza Bay, unbekannt. Ja, kleine Malt Whisky Brennereien, denn Lowlands beheimatet auf einem Betriebsgelände einer deutlich größeren Brennerei, nämlich Gervin, die machen Single Grain, Aiza Bay kannst du probieren als Single Malt Whisky, definitiv unter eigenem Namen ein bisschen hochpreisig für das junge Alter, aber im bezahlbaren Bereich als Air Stone, unpeated, unpeated, habe ich auch ein Video zu online. Und Loch Lee, die haben ja eine sehr stramme Taktung an dreijährigen Whiskys, die Taktung ist mir fast ein bisschen too much, deswegen habe ich auch noch keinen probiert, aber ich habe bestimmt auch noch ein paar Brennereien vergessen. Also es tut sich was in den Lowlands, das will ich damit sagen. Und Blattnock sollte man da definitiv nicht unter den Schreibtisch fallen lassen, denn Blattnock ist von den ganzen Lowland Brennereien die älteste, gegründet 1817. Allerdings die Vergangenheit, wie man sich denken kann, durchaus bewegt. Mal familiengeführt, mal konzerngeführt, mal familiengeführt, mal konzerngeführt, mal offen, mal zu. Und der aktuellen Eigentümer, das war glaube ich mal ein Joghurtfabrikant aus Australien, der führt die Brennerei, der hat ihr neues Leben eingehaucht und es läuft seitdem auch. Vor allem hat er diese wunderschöne Flasche etabliert. Macht schon Spaß bei Blattnock mal was zu probieren, wobei man dazu sagen muss, sie sind schon nicht günstig. Ich habe hier schon ein bisschen was von Blattnock probiert, sowohl in der alten, klassischen Standard Liquor Bottle, auch schon unter der aktuellen Hierarchie, sage ich mal. Das war immer so ein bisschen 50-50. Entweder es hat mir echt gut gefallen oder es hat mir gar nicht gefallen. Und jetzt haben wir hier einen Whisky, der durchaus was Besonderes ist, weil er ist Peated. Alinta nennt er sich ohne Altersangabe, eine Mischung aus Ex-Bourbon und ich meine Petro Jiménez Sherry Fässern, rauchiges Malz. Schöne Box hier mit am Start, die kann man für 80 Euro auch erwarten. Ich empfinde es im Vorfeld schon, bevor ich ihn probiert habe, als viel Geld. Also keine Altersangabe, ein Exot im Bereich rauchiger Whiskys aus den Lowlands. Jo, kommen die 80 Euro durch den Exoten-Status, ich weiß es nicht, aber es ist schon viel Geld. Da kann die Flasche noch so hübsch sein und ich bin der Meinung, wenn mich nicht alles täuscht, die ist hier bei diesem Rauchigen so ein bisschen gräulich eingefärbt. Die klassische Blattnock-Flasche, aber hier leichtgrau. 47 Volumenprozente, kein Farbstoff, keine Kühlfilterung. Alinta, ein No-Edge-Statement. 80 Flocken. Aber die Flasche ist schon geil. Ich muss es einfach immer wieder sagen, die Flasche ist geil. Esse. Dunklet Jolt. Bisschen Rauch hat er. Bisschen Rauch hat er, so einen süßen Torfrauch. Der hat jetzt keine maritime Ecke oder Kante, wo soll es auch herkommen in den Lowlands. straighter Torfrauch, der mich so ein bisschen auch an rauchige Speyside-Whiskys erinnert, aber mit einer krassen Süße. Aber ich finde, diese Süße kommt nicht nur vom Rauch, ich finde, die kommt auch ein bisschen vom Fass. Und ich hatte beispielsweise bei diesem Blattnock Samsara eine krasse Frischkäsenote, weil da irgendwo Virgin Oak mit im Einsatz war. Und wenn du einen süßen Brennereikarakter hast und nimmst frisches Holz, dann wird das Frischkäse für mich. Das habe ich auch hier und das macht den echt unschön. Und da kommt auch noch der PX mit seiner Süße und macht den noch süßer. Also du hast wirklich einen gezuckerten Frischkäse mit einem sehr cleanen Torfrauch. Doch, weiß ich nicht. Der riecht auch nicht unbedingt alt. Ich meine, Fehlnoten hast du hier nicht, alkoholische Schärfe, nee, hast du nicht. Aber du hast null Tiefe. Und der kostet 80 Euro. Der steht schon in seiner Zeit. Riecht nicht viel anders. So ein bisschen nussig, süß, so Macadamia-Nüsse. Also Süße ist hier schon allgegenwärtig, weil halt alles in dem Whisky zusammenkommt. Der süße Brennereicharakter von Blattnock, der süße PX-Fasscharakter und diese Rauchigkeit, wahrscheinlich hauptsächlich aufgeladen durch die Fässer, das Ding ist süß. Das Ding ist süß. Es hat einen leichten Rauch. Wenn man den Rauch jetzt so ein bisschen vergleichen müsste, erinnert mich ein bisschen an den Atmoor, ein bisschen an den Balveni. Es ist nicht viel. Es ist so viel Rauch, dass du es wahrnimmst, ja. Aber er könnte schon so viel sein, wenn du keinen rauchigen Whisky magst, dass es too much ist. Aber die Süße, die ist hier so, der Whisky ist so aufgeladen mit Süße, auch ein bisschen künstlich. Und vor allem dieser Frischkäse finde ich nicht schön. Den Rauch finde ich schön, ja, aber den Rest nicht. Danke. Süß. Vanille, Karamell, zuckrig, jo. Dann setzt, verzögert der Rauch ein. Dazu ein bisschen was leichtkräutriges. Leichtkräutriges, aber auch hinten raus dann was Bitteres. So wie bittere Küchenkräuter. So Basilikum als Strauch. Aber halt saubitter hinten raus, ne. Und auch sauschnell weg. Okay. Ich finde es halt manchmal schade, ne. Du hast eine Brennerei, die tolle Flaschen hat, die tolle Whisky abfüllt, die jetzt auch mal einen rauchigen Whisky rausbringt. Klar, da gehst du natürlich als Fan steil. Oh, geil, es gibt mal einen rauchigen Blattnock. Ja, sie rufen da 80 Euro für ein No-Edge-Statement auf. Er riecht auch nicht verkehrt. Mich stört diese künstliche Süße hier drin. Der Rauch ist aber schön, an sich riecht er aber nach nicht viel und er schmeckt nach noch weniger. Und dann gibst du da 80 Euro dafür aus. Und das finde ich sehr, sehr hart. Das finde ich sehr, sehr hart. Ich kann da auch gar nicht mehr dazu sagen. Der riecht nach einem sehr clean, straighten Torfrauch ohne Ecke und Kante mit Süße. Und dann halt Süße von allem, was da mit dabei ist. Malzig süß. PX süß. Frischkäse. Das ist im Endeffekt ein leicht rauchiger, süßer Whisky. Aber 80 Euro? Jo. Süß. Zuckrig süß. Bisschen Vanille, bisschen Karamell. Süß. Dann setzt der Rauch ein. Sehr clean, sehr straight. Ein bisschen kräuterig. Vor allem hinten raus. Sehr, sehr herb. Und dann ist er weg. Kann man bleiben lassen. Meiner Meinung nach. Also 80 Euro. Es gibt so viele grundsolide, rauchige Whiskys bis 50 Euro. Warum soll man jetzt für diesen Lowlander 80 Euro ausgeben? Hätte er abgeliefert? Ja, gerne. Tut er aber nicht. Der schmeckt langweilig. Und ich finde, dieser Airstone, der 28 Euro kostet, dieser Land Cask, der steht dem in nicht viel nach. Und der kostet halt gefühlt ein Drittel. Weiß ich nicht. Also, wenn ihr den probiert habt, schreibt es mir gerne mal unten in die Kommentare rein. Ist kein schlechter. Aber ich finde den einfach doppelt so teuer, wie er eigentlich sein sollte. Das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Haut rein.